Musik Hallo und so und schön, das war's, hallo, nee, warte, ja jetzt, hallo und so und schön, das war's, mit mir schon wieder in der Miene-Kraft von Bad Wars und seit langer, langer, alles klar, wie gut jetzt sich erstmal seit langer, langer Zeit wieder mit Titus am Start. Sag was, sag, sag, er sagt nichts mehr. Oder ist es denn wahr, da hat man den nach einem Monat, glaube ich, jetzt wieder mal am Start, Miene-Kraft zu zocken und dann, dann ist der Typ gemutet. Ich muss gerade was irgendwie, ich komme gerade hin auf die Steuerung klar. Ja, war bei mir auch so. Ich habe dir angeboten, erst eine Warmbach-Runde zu spielen, aber er wollte nicht. Oh, das war knapp, was wäre ich runtergeigelt. Also Rambo werde ich nie vergessen. So, und ich hoffe, ja, hast du dir schon erzählt, wo wir in Österreich waren? Äh, nee, hab ich nicht. Ja, jetzt wisst ihr es, wir waren in Österreich. War schön da. Ja. Jump high! Oh fuck! Alter! Ja, Skigefahren. Dead Skill Move. Und da ganz schön Rambo drauf. Ich meine, ich als kleine Lusche, die noch nie zuvor Skigefahren ist, ist direkt mal natürlich so eine Profipiste im Funpark, vielleicht kennt ihr irgendeiner von euch, gefahren. Nach dem dritten Tag, muss man dazu sagen. Was ist der hell, ne? Ich brauche mal hier kurz wenigstens so eine Mauer hin, damit die nicht mit der Hand durchkommt. Ja, und jetzt haben wir den endlich mal wieder hier. Minekraft. Hat nämlich nur ein ganz bestimmtes Spiel gespielt. Das hat mit Champions zu tun. Ja, aber jetzt haben wir ihn endlich mal wieder dabei. Und ich hoffe, es wird so lustig, wie es damals war. Ja, bitte. Du meinst, es sind solche Fickgesichter? Ja. Und es war die beste Runde. So eine Runde bräuchte ich nicht. Aber welche ähnlich Runden habe ich auch jetzt in League of Legends, ne? Äh, äh, ich meine natürlich, äh, in dem Spiel mit den Champions. Jeder kennt das Spiel. Und ich habe grünes Bett. Ich lach sie aus, weil sie kacke sind. Ich lach sie aus, weil sie sind so unglaublich scheiße. Komm, Double Kill! Ja, Double Kill! Ich rasiere genauso, wie ich früher mache. Nur, dass ich gar nicht mehr steuern kann. Und das Blatt von Team Gap ist auch weg. Das heißt, wir haben eigentlich schon gewonnen. Ach ja, ist das nicht schön. Ach, wie damals. Passt wie damals. Oh, nice. Ey, nice. Gut. Das war recht schnell. Lieben es zwar noch ein paar, aber gut. Ein paar, in Klammern einer, der jetzt stirbt. Toast. Toast. Ich wollte Tod sagen eigentlich, aber egal. So, GG. Dann haben wir gewonnen. Ja, jetzt würde ich gerne schneiden. Noch eine Runde. Kann ich aber kaum. Ich versuch's mal. Ich versuch mal wieder zu schneiden. Also, ich werde jetzt nicht, ich werde nur die Runden zusammenkarten und das Intro davor packen. Deshalb, bis in eineinhalb Sekunde. Oh, doch kein Bad Wars. Aber, immerhin, wir spielen jetzt Sky Wars. Das ist auch schon lange nicht mehr mit. Der Rambo Challenge. Ja, du hast die Rambo Challenge. Ich habe mir die Last Kill Challenge geholt. Für den Fall, dass wir gewinnen sollten, sollte ich eigentlich den letzten Kill haben. Das ist egal. Versuch einfach nicht zu verrecken. Okay? Ich muss alles killen. Alles und jeden. Ein bisschen schade, dass ich jetzt nicht mit Audition aufgenommen habe, aber die Mikroqualität geht ja eigentlich generell mit dem neuen Mikro voll klar. Deshalb, mir egal. Das ist die Challenge gescheitert. Ja, weil einer schon gestorben, getötet wurde. Sag dir. Da denkt man sich so, Rambo. Ja, aber hat nicht geklappt. Das habe ich dir auch schon vorher gesagt, weil es auf so großem mehr verdammt schwierig gewinnen könnte. Ich glaube nicht, dass du mehr Punkte dafür bekommst. Ich bin jetzt schon voll dir, ne? Ey, pass auf. Das ist, das ist, das ist, das ist eine Hasemaphane. Geh weg. Ich bin, ich bin Tank. Ich bin Tank. Ich kann das. Ich bin tot. Was war das denn? Easy, easy, easy. Beide gestorben. Hab ich gewonnen? Hä, hat der ein Knockback schwer? Das ist ein Kit? Das hat mich auf jeden Fall angezündet. Egal, noch eine Runde. So. Da sind wir jetzt auf einer Runde von Gommel, Aufgomme, Bimmgomme als Maul. Und ich habe jetzt auf Edition gechanged vom Sofa her. Und ja, mein Internet fickt mich mal wieder. Also jetzt gerade nicht, aber gerade eben kann man hier vielleicht sehen. 100 ms, 600 ms. War ganz lustig. Ähm, ich weiß schon noch, dass du nicht hochkommen musst. Vielleicht ist es jetzt besser, weil, keine Ahnung, die Map nicht mehr downloaden muss von Gommel. Ja, ne, ich lege schon wieder. Was wohl dazu? Wir müssten auf Pantel gehen, da leckst du doch nie. Weil der irgendwie gerade neben dir ist. Ne, selbst wenn ich lege, habe ich trotzdem noch eine... Also kann ich trotzdem noch rechts. Alter, mir hat es gerade die Ohren zerfickt. Ja, es sah nicht ganz legit aus, gell? Ich lege mich durch den Block, der Hexo. Der Hexo. Ein richtiger XRD-Dos-Hexo. Alles klar. Weiß schon, was ein D-Dos ist. Die kommen. Meinst du, was das Internet verschlechtert? Ja. Verschlechtert ist kein Ausdruck. Aber es ist halt auslastet. Ich meine, League of Legends sind sie ja gar nicht so, dass die direkt mit D-Dos drohen, wenn man die einmal provoziert. Insbesondere ich, als fehlender PvP-Spieler, der gar nicht die Leute extra zum Playmen bringt und sich dadurch Feinde macht. Ich kenne sowas noch gar nicht. Lol. Ich habe jetzt auch meine digitale Leitung. Das fehlt jetzt noch irgendwie, dass du halt als Hacker beleidigt bist. Das fehlt noch in diesen Runden. Slash ping. Nur 27. Ich bin enttäuscht. Ich habe jetzt eine digitale Leitung in den Mist gewohnt. Ich habe auch 27. Das kann kein Zufall sein. Das muss das Schicksal sein. Ich habe ihn abgelenkt. Geh durch. Kann ich das Bett jetzt abbauen oder nicht? Ja. Beat the Bowser ab. Ich habe ihn runtergehauen. Jetzt ist nur einer da. Ich stehe genau auf dem Bett. Faust doch endlich ab. Du Sack, Alter. Was hat der für ein PC, dass der so lange respawnt? Keine Missgeburt, Hex. Dicke. Nicht mehr? Ja, ich habe ihn mal ausprobiert. Aber nur auf der Testwelt, von daher. Ja, ja. Nein, ich habe ihn nicht mehr bekommen. Verpiss dich, du scheiß Teammitglied. Junge, hab noch weniger Knockback. Ey, ich glaube schon jetzt gerade jemanden gekücelt. Dieser Typ hat so wenig Knockback und gibt einfach zehnmal mehr und dann überlebe ich mit einem scheiß halben Herz. Das regt richtig auf. Ja, kommt halt drauf an. Wenn der andere jetzt einen Bogen gleich hat, hole ich mir einen. Oh, wenn der andere jetzt gleich. Keinen Bogen hat, hole ich mir einen Scheiß-Einbogen. Heute ist nicht mehr so mitreden. Aber es ist noch kein Wichskind aufgetaucht, ne? Warum nicht? Alter. Genau perfekt, dein Bett. Fuck, habe ich gerade knapp überlebt. Ich werde wohl sterben, ne? Ich habe... Alter, war der Scheiße. Ernsthaft, das war gerade so unglaublich. Entweder gut von mir oder schlecht von mir. Halt's Maul. Okay, dann will ich aber erst einen guten Witz erzählen, ne? Nein, bitte nicht. Für diese sehr interessante und informative Story. Wie sagen die Japaner... Sorry, ich sage es übrigens nicht diskriminiert, sondern... Wie sagen... Was sagen die Japaner zu Sonnenuntergang? Mond. Helsinki. Ey, den verstehe ich nicht. Ach so, Helsinki. Aber ich verstehe nicht, was ist Helsinki? Alter, das ist eine Stadt, du Idiot. Weißt du, dann erzähl dir den Witz, den ich in der Klasse rum erzähle, der eigentlich... ...genau so trocken ist, wie deine Mutter. Also der einfach übelst scheiße ist. Don't kill steal! Danke. Also der übelst scheiße ist. Die haben ja noch ein Bett. Warum man sich aber trotzdem einmal übelst ablacht? Und du? Äh, verstehe ich nicht. Ach, da ist ein Gegner. Nein! Von was wurde ich bitte weit weggeholt? Bestimmt nicht vom Gegner. Ich wurde von... Wer hatte ich? Was weiß ich? Einem Skelett getötet. Oh, ich kann... Ich kann Geld. Ich kann Pinks... Nein, mein Geld! Warum? Ich gucke erst mal, was die fehlt. Da hat man einen Locki. Naja, dann komme ich halt. Ich zerfickte ihn mit meinem 7 Gold. So, der ist das weg. Nur du brauchst nicht zu lange. Ich glaube, das wird... Du Pusy! Du Pusy! Anti Pusy-Tass! Der hat Anti Pusy-Tass! Warum haben die jetzt alle so ein kummelndes No-T-Plus, wo alle... Wo so die Spieler über dem Kopf liegen? Das finde ich voll blöd. Okay, GG. Das war's für heute. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst ihr eine positive Bewertung da. Warum denn? Warum denn? Warum? Warum bitte? Mir ist grad Ease geschrieben und wurde aus dem Jet gewandt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Wollt ihr wieder mehr Titus sehen? Na? Wollt ihr wieder mehr? Dann? Nein! Ja, schreibt's in die Kommentare. Tschüss! Das war's für heute.